Hallo liebe Leute, groß und klein, es ist mal wieder Grafus daim. Schön, dass wir wieder eingeschaltet haben zu Craft the World. So, wir sind hier immer noch am Graben. Und ich dachte, heute gehen wir uns mal an. Wir machen einfach mal die Welt auf einer schönen geraden Ebene. Wenn wir natürlich hier diese paar letzten Rohstoffe rausgeholt haben. Dann werden wir mal da oberirdisch anfangen. Das ganze zu schmücken. Wo? Oh, ok. Wahrscheinlich wollen wir hier hin. Ja, müsst ihr da jetzt unbedingt draufklitten, dann muss das unbedingt sein. Ja, das muss jetzt unbedingt sein, oder? Wo geht denn er hin? Ach Gott, Junge, wo willst du hin? Da ist doch nichts. Ah, ich verstehe euch teilweise nicht. Ich verstehe teilweise überhaupt nicht. Was wollt ihr? Ich wollte den eigentlich... Nein. Ja. Ich kenne mich schon gar nicht mehr. Na, hallo! Ich kenne mich schon gar nicht mehr aus. So, Wasser sammeln. Da dauert es noch ein bisschen, bis ich das einsam gehabt habe. Oh, da gibt es noch Eisen. Ok. Da haben wir Gold, da haben wir nochmal Silber. Oh, das Gold nimmst du auch gleich mit. Ja, wenn wir da oben anfangen, mal das alles gerade zu machen. Ach, aber wenn wir hier schon sind, dann hätte ich dieses Eisen doch auch gleich gerne. Ich werde angegriffen. Wieso willst du jetzt unbedingt da rauf? Warum? Was ist denn da oben? Ernsthaft jetzt? Ich verstehe das teilweise nicht von den Idioten. Habe ich eigentlich da runtergegraben? Ich kann mich echt nicht mehr erinnern. Sollte man solche Sachen echt merken. Also, ich habe ja auch, genau, Holzbrücken gebaut. Und wenn ich sowas hier hinbaue, dann müsste ja trotzdem das Wasser dort abfließen, oder? Das dürfte ja nicht auf der Brücke stehen bleiben. Ja, da vorne, da tragt auch keiner irgendwas weg. Ach Gott, ihr seid echt so faule Säcke. Ich hasse euch. So, die Imps fliegen dann eh weiter, wo was zu holen ist. Dann. Weil wir nicht so sind. Wo ist denn das hier? Ach ja. Bauen wir trotzdem gleich einen neuen an. So. Ups. Hallo. Ja. So, das Huhn könnt ihr auch ein bisschen töten. Eventuell auch das Wildschwein. Ach, das funktioniert nicht, wenn das so schnell läuft. Halt still. So, das Huhn. Das Wildschwein. Und hier müssten mal ein paar Bäume gefällt werden. Mit mir hier neue Fallen aus. Oh, gut, dass wir dich nicht mehr ausgehen bis zur nächsten Monsterwelle. Da hinten wäre noch ein Schaf, aber okay. Lassen wir das jetzt mal so. Okidoki. So. Sehr gut. Ja, die fliegen jetzt da rein in die Höhlen. Oh. Ja. Mist, so dann. Dein. So. Oh. Dein hier bitte auch. So, der hat das Goldschwein noch rausgeholt, oder? Und der hat da sogar so ein Vieh ausgegraben. Ach, na. Gut, der kommt jetzt eh zu denen rüber. Ja, dann macht das noch schnell. Dann kommt eh schon die Monsterwelle wieder. Ja, bis zum 13. Zwerg dauert das jetzt ein bisschen. 512.000 Erfahrung. Naja. Eigentlich die Hälfte davon haben wir ja schon. Gut, aber der Daim erzählt ja immer weiter. Nein. Wir gehen jetzt vorerst mal zurück. So. Wenn ihr das wollt, dann mache ich da ein extra. Genauso. Sehr schön. Oh. Ja, schade. Konnte ich hier leider keine Fallen mehr machen. Wo geht ihr hin? Wo geht ihr hin? Nein, lasst sie kommen. Hier gefällt es mir. Das ist schön weit hinten, dass die wirklich über sehr viele Fallen drüber laufen müssen. Ah, der Dicke. Du wirst auch dran glauben. Sehr schön. Die Imps, die stören die Gegner nicht. Die sammeln trotzdem weiter ein. Was ist mit dir, Dicke? Komm. Jawohl. Sehr schön. Jawohl. Da sterben sie nach der Reihe. Ich vermute, ein paar werden doch bis zu den Dümen vorkommen. Das sind doch relativ viele. Immerhin sollen die Dicken noch sterben. So. Genau. Da könnt ihr ein bisschen mithelfen. Dann gibt es noch extra Erfahrungen. So, wie viel bekommen wir extra? Macht sie schon tot. So. Und jetzt. Äh. Wie viel waren es? Wie viel waren es? Hm. 14.400. Super. Das haben wir natürlich nicht. Nein dazu. Oh, ich habe nur mehr zwei eisige Fallen. Na gut. Neu bauen. So. Das wird jetzt auch wieder ein bisschen dauern. Ähm. Dann können wir auch hier mal ein paar Bäume noch weg machen. Die Fallen, die verschwinden immer so schnell. Geschenk bekommen. Nein. Kein Geschenk. Der ist ja immer noch am Silberbahnen bauen. Ähm. Kann ich da noch vielleicht ein paar dazu machen? Äh. Ja. Hey, Monds. Das ist. Silbererzlieber ein bisschen auf. Und was war hier? Achso. Ein Käfer. Ein Käferschen. Okay. Oh. Der hat beide Türme kaputt gemacht. Hm. War auch nicht aufgefallen. Naja. Oh. Da könnte ich jetzt das. Fackelding anbringen. Ich glaube, ich habe es auch nicht mehr. Hm. Beleuchtung. Nein. Ich brauche die fortgeschrittene Beleuchtung. Die hier. Äh. Ja. Habe ich tatsächlich nicht mehr. Gut. Dann machen wir uns gleich ein paar. Dann. Kann ich auch die andere Seite mal ein bisschen ausleuchten. Ähm. Keine Ahnung. Statt dem Essen. Ja. Es liegt ja noch ein bisschen da. Oh. Komfort ist plötzlich auf 70%. Wahrscheinlich wegen den Betten. Habe ich noch Betten zum Aufstellen? Nein. Aber ich habe da alte Betten, die ich da eigentlich kaputt machen kann. So. Da haben wir noch vier Wolle. Genug Stoff. Stahl. Reicht für zwei Betten. So. Da müsste doch eigentlich schon fast jeder ein besseres Bett besitzen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Ähm. Elf. Ach du Kacktumgrafos. Du verdammter. Okay. Das ist eine Bergchen können wir lassen. Ja. Mein Plan ist es wie gesagt. Die oberste R3 stehen lassen. Wo halt die Bäume und alles wachsen. Und dann ab da unten alles komplett weggraben. Leider habe ich jetzt nicht rausgefunden. Wie genau das Wasser als Rohstoff zählt. Sind das jetzt nur die Erze? Sind das auch sowas wie diese Wurzeln hier? Keine Ahnung. Und aus dem Grund sollte ich vielleicht hier irgendwo mal ein Portal setzen. Nicht dass die Idioten hier immer... Ja die Frage ist überhaupt. Wo wollt ihr hin? Wieso lädert ihr da runter? Ich glaube das wisst ihr jetzt selber nicht. Ah die könnten eigentlich theoretisch da rauf die Ameisen. Na zum Glück machen die das nicht. Einmal das hier. So. Dann würde ich sagen... Na was jetzt? Bleibt jetzt oben. Bleibt ja unten. Ach ne. Du hast dich jetzt echt besiegen lassen. Was ist das von den Ameisen? Ach das ist... Ja wischt die nicht, wenn die sich hier schnell bewegen. So. Fangen wir die mal alle um. Jawohl. Und dann wenn wir schon hier sind... Genau. Nehmen wir das auch gleich mit. Naja leider ist jetzt einer... Einer ist verreckt. Einer ist aber was soll man tun. That's live. So ich mach hier gleich ein bisschen mehr. So. Dann nimmt das halt auch mit... Oh da steht noch ein Gerüst. Warum? Warum steht hier ein Gerüst rum? Tatsächlich. Hier gibt es ein Portal. Das ist doch ein Endlos-Spiel, dachte ich. Naja wahrscheinlich, dass man es auch irgendwann ausmachen kann. Wenn man alle Erfolge gesammelt hat oder so. Ich hab keine Ahnung. Wie soll man hier ein Portal bauen sollte? So. Na gut. Dann holen wir uns halt noch unterirdischen Barostoffe. Gehen wir das das nächste Mal an. Ja eigentlich hätte ich auch noch gern zuerst die... Silberwerkzeuge gemacht. Dann können ja die alle noch schneller. So. Dann mach ich jetzt mal 10. 11. Und 12. Ja. Und Äxte sollten sicher auch gleich für alle ausgehen. Dann haben die schon mal gutes Werkzeug. So. Sehr schön. Gut. Grab dich durch mein Freund. Tu mir diesen gefallen. So ja. Dann nimm halt das hier auch noch weg. Damit ihr was zu tun habt. So. Sehr schön. Kohle ist da oben. Naja. Ob man die brauchen? Ich weiß nicht. Da sieht er mal, das ist seine Eisenerz. Wundert mich auch, dass das hier so alleine ist. Na gut. Wir müssen jetzt sowieso alle Rohstoffe abbauben. Da auch noch mal Eisenerz. So. Sieht nicht aus, als wenn da vorne noch irgendwie was wäre. Dann lassen wir das hier mal da enden. Hier vielleicht noch. Da sieht man da eine Fackel. Da sehe ich gleich. Oh. Da ist auch gleich noch ein Eisen. Sehr schön. So. Hier noch. Beleuchtung. Und was ich noch gleich mache. Wenn wir schon da oben dann auch sind. Hier Beleuchtung. Hier Beleuchtung. Wo habe ich euch denn graben lassen? Wieso finde ich die jetzt hier nicht an? Was sind denn die? Ach, da drüben. Da drüben. Ich muss da näher ran. Bergarbeiter. Sehr schön. Oh. Er ist zu klein. Er kommt da nicht ran. Zack, zack, zack. Oh. Da geht es weiter. Moment. Ja, ein bisschen noch ranzoomen. Ähm, Moment. Portal ist weg. Ja, dann macht den Typen halt auch tot. Und was ist denn hier? Ach so, noch so ein Wurm. Helft ihm. Helft ihm. Er schafft es nicht alleine. Da hat er gleich seine Spitzhacke fallen lassen. So einer bist du also. Haben wir wieder die Ameisen. Na. Gerüst nehmen. Ähm. Fackel hier. Fackel da. Fackel dort. Fackel da. Oh. Ähm. Dann hier noch. Ach, ja. Dann bau das halt zuerst ab. Ist doch logisch, dass du den nicht angreifen kannst, wenn du nicht zuerst den blöden Block wegmachst, oder? Ach, jaja. Zack, zack. Ja, hin ist er. Da dürften die dann nicht runterfallen. Sehr gut. Okay. Okay, da habe ich eine Schleimfackel gesehen. So. Da gibt es auch ein bisschen was zu holen. Oh. Da nimmt ja gar kein Ende hier. Wollte eigentlich hier nur kurz ein bisschen was machen. Habe ich eh schon mal einen Feuerball reingeschossen? Wahrscheinlich. So, ist da unten noch was zu holen? Habe ich gleich gemerkt, mein Freund. Habe ich gleich gemerkt. Aber ich muss sagen, wie geht es ja nicht anders? Ach. Zu Weihnachten, da gibt es immer so viele Leckereien zu essen. Ja, und da frisst man sich halt immer so einen kleinen Bauch an. Aber das gehört halt so dazu. Und da darf man das. Foto mal mit einigen meiner Zuschauer nicht anders gehen. Ach, das ist ja echt so viel. Ach, dann bauen wir die auch gleich ab. So. Da vielleicht mal ein Licht. Da mal ein Licht. Das mal abbauen. Das nimmt ja echt kein Ende. Da drüben kommt schon wieder das nächste vorkommen. Da, da. Zack, zack. So. Da, zack, abbauen. So. Was ist los? Habt ihr alles abgebaut? Okay, schaut gut aus. Kann ich mal die oberste Reihe hier ein bisschen entfernen. Das braucht ja auch kein Mensch mehr. Da unten die Fackel steht auch schon. Aber seh nicht wirklich weiter rein. Okay. Und auch Doki. So. Damit ihr da noch ein bisschen was zu tun habt. Moment. So. Ja, genau. Bekämpft den Käfer. Hilft dem. So. Geht jetzt dort rein. Wo gehst du hin? Da rüber mit dir. Komm. Aber jetzt Abmarsch. Oha. Das sahen. Der sieht wie in die Erde rein gerutscht. Ja, okay. Gut für mich. Muss ich mich nicht rumschlagen mit ihm. So. Okay. Oh, da geht's auch noch weiter. Das wieder so. Das gibt's ja nicht. Am Anfang finde ich gar nichts. Und jetzt an jeder Ecke da das Eisen. Sehr schön. Sehr schön. Genau. Hau den. Prügelt ihm die Scheiße aus dem Leib. Sagt man doch so schön, oder? So, da. Ist dir was dann? Können wir hier auch noch eine Fackel setzen, dass man hier ein bisschen mehr sieht. Na, zum Glück haben wir uns ein paar Gerüster nachgemacht. Da kommt dann gleich der nächste Käfer auf uns zu. So. Da ist noch Kohle drin, sehe ich gerade. Und was das Schöne ist, da oben. Moment, ich will das hier. So viele Scheiß Käfer. Nein. Oh, ich kenne mich nicht mehr aus. Hier will ich rein. Ja, genau. Das mit den Werkzeugen ist abgeschlossen. Das heißt, ich kann ab jetzt schon das Goldzeug machen. Hab da aber noch nicht viel Gold. Aber, verarbeitet man doch mal da. Dass der Schmied was zu tun hat. So. Das hier wegmachen noch. Oh, da ist alles weg. Zack und zack. So, das hier sieht schon mal gut aus. Wunderbar. Ich glaube, das war sie jetzt endlich mit den Rohstoffen. Ja, sieht gut aus. Dann würde ich sagen, da graben wir gar nicht weiter. Zack, zurück, alle nach Hause. Dann, was so schön ist. Hallo? So. Ähm, nein. So. Jetzt dürft ihr wieder da Unterkunft verlassen. Sehr schön. Genau so wollte ich das haben. Jetzt kann ich da drin auch endlich das alles abbauen. Jawohl. Ja, das auch gleich mitnehmen. Und dann hätten wir das hier auch schon erledigt. So. Okay. Ja, dann machen wir trotzdem hier auch noch eine Fackel. Damit ich hier ein bisschen was sehen kann. Okay. Alle zurück. So. Hätten wir das auch ein bisschen mal abgebaut. So. Das da oben ist auch wieder bereit. Dann dürft ihr das noch schnell machen. Oder nein? Das halten wir uns für die nächste Folge auf. Na, nicht schön, ha? Er holt gerade aus, um das Weizen zu quälen. Ja, ich hoffe, die Folge hat euch wieder gefallen. Falls ja, lasst doch einfach einen Kommentar und eine Bewertung da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also macht's gut. Ciao. Euer Grafos.